Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu ECHO, mit dabei der gute... Centus, hey! Fun Black. Ja, du auch. Ja gut, das heißt, ich stehe bei Steam bei mir. Na gut. Ja, wir sind wieder da. Äh, und du bist bei mir. Hi. Ja, hi. Und bei mir der Pre-Mate oder Jerry oder wie auch immer. Oder wie auch, okay. Warum hast du dich eigentlich schon benannt? Das erfährst du später. Okay. Spinner. Ich hab die Server-Einstellung noch gerne beim letzten Mal, weil, bevor ich den Server halt runtergefahren hatte, dass ich das ein bisschen erhöht hab, mit dem Crafting und alles. Und mal schauen, ob das ein bisschen schneller jetzt geht. Werden wir ja sehen. Noch mal alle. Weil beim letzten Mal ja schon ein bisschen lange gedauert hat das alles. So. Das ist eine zweite Truhe. Meine erste Truhe war schon voll, ey. Yay. Nee, nicht yay. Stimmt, ja. Jetzt kann ich hier ja... Was ist das überhaupt? So, geh ich heute mal ein bisschen in den Holz fahren. Mach das. Wasserräder können wir machen, Windmühlen können wir machen. Ach ja, du ist ja schon... Du kannst ja schon mehr machen als ich. Pech. So. Weil mein Haus ja schon fertig ist. Oder? Ich schau mal. Ich kann mich immer noch nicht weiter spezialisieren, ne? Ich hab immer noch das Erste. Ja. Wie bist du so schnell level-up geworden? Das ich... Kann bei mir noch nicht die Spezialisierung die anderen machen. Hast du dir gedacht, du hast was anderes schon ausgewählt? Nein, das ist dieses andere, das neue. Aber das kann ich noch nicht auswählen, oder? Glaub ich schon. Ne, eigentlich nicht. Erhöhe deine Charakterstufe, ja. Das ist... Ich blick da noch nicht so ganz durch. Naja. Komm, komm mit der Zeit. Werden wir ja noch sehen alles. So. Fahre mit dem Aussage über den Text, um zu sehen, wie du eine Forschungsdage an den Tisch baust oder findest. Willst du mich verkeiern? Ich hab den doch schon. Warte mal. Oder in der Bank. Wo haben wir den denn? So, hab ich hier noch ein bisschen was. Holz. Forschungsschisch. Hm. Nütze ich aber nicht. Okay. Kannst mich mal abbrechen. So. Okay. Das war das letzte Zucker. Ehrlich? Hm. Ja. Ich müsste hier noch den Boden rausreißen. Ich werde mal Essen suchen. Ich bleibe bei mir. Bogen. Äh. Könnte ich den jetzt eigentlich bauen? Glaubt nicht, oder? Doch. Schubkarre kann ich jetzt bauen. Ich brauche acht Bretter. Für die Schubkarre brauche ich noch zwei davon. Und komm, was mache ich denn da? Erstmal... ...bauche ich da von was. Noch mal ein paar mehr. Dann kann ich den bauen. So, dann heißt das nochmal kurz Holz zu kloppen. Wey. Ich habe gestern echt mit Flaschen auch Satisfactory gezockt. Wie lange? Bis ein Uhr morgens. Oder 20 nach eins. Ach, lol. Von... Oh, lol. Von halb elf, glaube ich. Ja. Und wie man dich einfach von da hinten schreien hört, ey. Ja. Ja, hier liegt einfach Holz rum. Aha. Bam. Bam. So. Eigentlich so viel Holz. Zu groß. Ja, bla bla bla. Ich weiß. Oh, nice. Dies durchs Büsche rennen hier. Ich weiß auch nicht, wieso das mit einem eigentlich so schnell ging sogar. So. Okay. Komm, eigentlich eine Anzeige, wenn das als Haus zählt, oder? Nö, das... Das ist einfach... Ach nee, die hast du schon übersprungen, ne? Ja. Ja. Nö, wenn du fertig hast. Also, wenn das Dach zu ist. Ja. Und Boden ist relativ egal, ob das fertig ist. Das hätte ich den Boden ja nicht machen müssen, erst mal. Nö, nö. Hättest du dir die sparen können. So, wie ich das gemacht hab. Ah, deswegen warst du sie so schnell. Ah. Ich hab sie gespart. Ja. Man. Ich hab schmiederscape gedrückt. Die, die. Jetzt geht schmieders los. Nö, sen, 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 sen. Mal ein bisschen abhaken hier alles. Dass es nicht so hoch ist. Ich hab trockene Erde. Kann ich... Ist das irgendwie... Das, wenn da keine Bäume mehr stehen. Dann kommt kein Schatten. Dann die Sonne. Und dann, ja. Okay. Ja, ich hab die jetzt weggeschmissen. Ich achte auf die Umwelt. Ja, ja. Merkt man ja. So, ich brauch ein paar Rampen. Und mal drei herstellen. Da hatte ich noch was zu essen. Der Magen ist voll. Achso. Na dann. Äh. Da. Sieben. Zack. Na, 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 na. Das Ding sieht voll mal anders aus als früher. Dieser Schubkahn da. Hast du es schon gebaut? Ja. Nice. Ja, ne? Und wie gesagt, du musst, wenn du alles hinstellst, immer komplett jeden die Rechtechse zu teilen. Was ein bisschen nervig ist. Okay. Ja. Ähm. Guck mal auf deinen Lagerplatz. Ich hab dir da was reingetan. Auf den Lagerplatz? Okay. Guck ich mir gleich an, wenn ich das Holz gebracht habe. Ach ja. Wie bin ich... Ich hab das Gefühl, dass ich langsam bin. Ich muss einmal... Oh, gleich erstens unbedingt suchen. Kaktusfeige. Das ganze Zeit machst du nicht. Dann kann ich... Krieg ich hier irgendwas raus? So. Okay. Das war ein Kaktus, den ich gefällt hab. Sogar in der Wüste. Hm. Ja, hier ist irgendeine Truhe. Mal gucken, was ist denn hier für eine Truhe drin? Das ist keine Truhe. Ach da. Du hast dir eine Karre gegeben. Hm. Der ist aber nett. Oh. Die sieht anders aus. Ähm. Ähm. Die ist einfach umgekippt. Ich war's nicht. Aus Kaktus kriegst du Holz. Ich glaub, das ist noch so ein bisschen falsch, oder? Komm mir das nur so vor. Äh. 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 So ein bisschen, ne? Äh. Ein bisschen? Ja. Äh. Stell mal her. Du hast mal gesagt, ich brauch ne Hacke, Holzhacke, da. Scheiße. Hab ich's gesagt? Ja. Ich brauch ne Holzhacke, damit ich Bäume, mein ich, anschanzen kann. Äh. Schubkarre, okay. 1400. 400. Berechtigung. Jeder. So. Sollte eigentlich reichen. Nehmen. Du sollst das nicht wieder einpacken, Vogel. Oh nein, oh nein. Oh, äh. Ja. Oh nein. Ja. Die Schubkarre. Was hast du gemacht? Kann ich, oh, ähm. Ja. Ja, gut, ähm. Schön, das Ding. Finde ich super. Ich will nicht wissen, was du da gemacht hast. Ich auch nicht. Ich will's wirklich nicht wissen. Ich auch nicht. Ja. Oh, noch ne Kiste. Ja, ich weiß, was ich vergessen hatte, beim letzten Mal zu machen, um die Reichweite von den Stockpots zu ändern. Na ja. Dann ist das so. Zuck, zuck, zuck. Warum kann ich denn gerade kein... Hä? Hä? Was, hä? Ich kann gerade nicht... Ich kann gerade nicht buddeln. Ne. Hä? Hast du vielleicht noch was in der Hand? Ne, aber mein Schaufel. Hm. Äh, okay. Ich brauche mal meine Hacke. Da. Kaktus-Samen. Geh jetzt mal ein bisschen wieder anpflanzen hier. Schau mal hier. Zander-Samen, okay. Kann ich denn mit der Kaktus-Feige überhaupt was machen? Grillen oder so? Kann ich nicht. Nö. Wahrscheinlich später, wenn er eine Küche hat. Später. Aha. Vielleicht. Muss ich die irgendwie auch bewässern, die Bäume, oder kriegen die selber? Ne, die Bäume selber. Okay, okay. Dann sehen wir hier im Bad. So. Mäh. Naja. Nö, 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 nö. Rollen, rollen, rollen. Äh, wie gesagt, wo, äh, meinen solltest du nicht sehen, meine Karre. Kannst du wieder aufheben, weißt du schon, ne? Ah, echt? Okay. Mit dem Hammer kannst du die wieder aufheben. Perfekt. Das ist mir ja nämlich auch was in meiner, in meiner, in meiner Miene. War mir schon klar, dass die dir irgendwo runtergefallen ist. Knaller, ey. Komm schon. Zack, zack, zack. Ach, jo. Perfekt. Da fährt sich hier noch einen. Hattest du dir die Dirt-Dirt-Rampen hast du dir gebaut, ne? Ja. Ja. Na, da. Ich glaub, sollte ich mir auch mal machen. Ich hab drei Stück, willst du die haben? Ne, ich mach mir selber. Okay. Dann weiß ich nur wenigstens, wo das landet. Mach ich mir mal so ein paar. Oh, okay. Boah, das sind acht Minuten. Okay. Ja. Ja. Ich stell die mir mal lieber hier unten. Sag mal. Was ich immer so Backflip macht, wenn man sie platziert? So ein bisschen, ne? Äh, ja. Zack. Okay, perfekt. Wie kann man denn transportieren? Ja, ein bisschen, ne? Das ist doch supi. Haha, das sind sitzen so. Äh, ja. Mal gucken, wie viel Holz ich noch habe. Also nicht. Ja. Wenig. Was ist das, wenn ich mir? Wenig. Äh. Leider, ja. Leider. Aber warte. Weiter, weiter. Zählt das jetzt schon aus Haus? Ich hab doch jetzt ein Dach. Zwar kein schönes, aber ich hab doch eins. Normalerweise, ja. Ja, musst du nur das rein platzieren. Dann sollte der es dir auch anzeigen. Ja, guck ich gleich. Ich baue mal hier oben kurz die Dinger fertig. Dann guck du mal. Hoff ich mich. Ich hoffe es geht. Dann kann ich endlich weitermachen. Hoffst du? Ich hab noch keine Fenster drin. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Nö, eigentlich nicht. Wieso noch keine Fenster? Du hattest so Fenster drin. Ja, vier. Ja, und? Die anderen sind alle leer. Und? Eigentlich ist das relativ. Also du. Ich gucke mal. Ich gucke mal. So. Nee, immer noch nicht. Hä? Muss ich echt das auch einfach machen? Was steht denn da, wenn du raufgehst? Ja, mir fehlt die Raumanforderung. Also, ne? Raumanforderung nicht gegeben. Es hält innerhalb. Ja, ist halt nicht in einem Raum angeblich. Und die Raumstufe ist so geil. Ja, ich glaube, ich muss halt hier nochmal rumbauen, weil ich hab da noch ein paar Lücken. Ja, würde ich sagen, ne? Na gut. Na gut. Ich wollte so einen Baum fällen, die sind nämlich groß. Sind die Dörtrampen jetzt schmaler als vorher? Ich glaube, ja. Also, dass die schmal sind. Ja. Die waren breiter vorher. Wow. Hm. Warte mal, wo konnte ich das Ding denn machen? Stimmt. Bei mir habe ich nämlich drei in einer Reihe. Okay. Na, dann haben die das auch nochmal geändert. Äh, wo haben wir den denn? Da. Grundlagene Technik 1. Achso. Kann man noch nicht bauen, okay. Okay, okay, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Boah, es ist laut, wenn der Baum fällt. So. Timber. Du musst es leiser machen. Will ich nicht. Warum nicht? So. Na, 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 na. So. Stückchen. Stückchen. Zack. Nein, die Stückchen sind zu groß. Ja. Okay. Das wären hier, hier. Oder hier. Das ist aber zu groß. Mach ich vier. Ah, eigentlich könnte ich jetzt die Karre dafür benutzen, oder? Ja. Ja, kannst du. Geil. Schön, oder? Ja, ist wirklich sehr schön. Praktisch. Wenn ich rückwärts laufe, dann bin ich schneller mit der Karre als wenn ich vorwärts laufe. Bist du auch. Das bist du auch. Achso, okay. Weil du dich komisch hin und her schiebst dadurch. Ja. Ah, das ist viel entspannter, wenn man Holz holt. Mhm. In der Karre. Das sowieso. Okay. Genau. Dann. Das nervt nur mit Dirt. Einnehmen, einwegbringen, einnehmen, einwegbringen. Nee, das lasse ich da. Das hier. So. Jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 111 Holz. Ein Baum. Wo will ich mir noch ein Baum? Das ist gut. Ein bisschen passt da ja rein. Ja, ich bin wieder laut. Perfekt. Ein bisschen passt da ja rein. Mal gucken, ob die es gerne da haben, weil früher hast du irgendwie mehr Steine als Erde reingekriegt. Okay. Obwohl Stein eigentlich schwerer ist. Also aufwärts sind die Dinger langsamer. Das ist normal. Alter. Ja, ja, ich weiß auch. An sowas denken hätte ich nicht gedacht. Kommt halt auch wegen dem Gewicht noch dazu. Und so, zack. Du, 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 du. Ach, das sinkt immer noch voll fest. Okay. Einmal drehen. Lalalala. Kannst auch mit Schaufel einmal so in die Kale reinmachen. Ja, habe ich auch gerade mit der Achse gemacht. Zack. Äh, ich brauche nochmal ein bisschen Holz da. Zack. Ich meine, das haben wir ja jetzt. Und alle. Ach, Holz ist ja auch noch drin. Okay. Aller jetzt muss hier. Okay, die ist leer. Leer, leer. Hm. Ach ja. Wie viel haben wir denn jetzt? Lager. Eine. Ist wieder mal fertig. Läuft. Ist auch ganz schön teuer. Vielleicht muss ich die wieder mal zuschippen, ey. Die ist mir ein bisschen weh. Bisschen. Bisschen. Und wie viel passt jetzt rein, Erde? Keine Ahnung. Einiges. Wie kriege ich jetzt? Ach so. Was? Ah, ja. Wenn du die Dirt-Rampe jetzt abbaust, dann musst du die wieder neu bauen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Wow. Ein Stückchen falsch gesetzt. Wow. Super. Habe gerade zwei gehabt und jetzt habe ich nur noch eine fertig. Mann, ey. Ist ja gemein, sowas.